Willkommen zur Pressekonferenz am 14. Spieltag der Deutschen Eishockey-Liga. Die Gäste von den Grizzlies Wolfsburg besiegen die Straubing Tigers vor 3.280 Zuschauern mit 2 zu 1. Bei uns der Gästetrainer Hans Kossmann heute mit seinem Debüt und unser Trainer zu meiner rechten Tom Pockel. Wir gratulieren den Gästen, Gratulation Herr Kossmann und bitten Sie in diesem Zug um Ihr Statement zum Spiel. Ja, ich glaube, es war hart umkämpft. Wir haben gewusst, beide Mannschaften wollten unbedingt diesen Sieg, aber ich glaube, wir haben einen guten ersten Drittel hingelegt und viel gelaufen und die Scheibe schnell gelaufen lassen. Und ich glaube, mit der Führung hat die Mannschaft ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen und dann nachher ziemlich sicher gespielt. Okay, besten Dank. Und nun übergeben wir das Wort an unseren Trainer Tom Pockel. Dankeschön. Erstmal gratulieren Hans und der Wolfsburg-Mannschaft. Ich denke ganz und groß und wir können nicht zufrieden mit unserer Leistung heute Abend sein. Es ist eine andere Wolfsburg-Mannschaft, die wir gesehen haben. Die waren in der ersten Drittel etwas spritziger. Es war ein Spiel, wo sie die Scheibe schnell laufen gelassen haben, aber es ist die erste Mal in der Saison, wo wir nicht einen spritzigen und harten Start gehabt in der ersten Drittel. Normalweise das ist unsere Stärke und wir haben wieder ins offene Messe gelaufen mit der Countersituation. Ich denke, das ist momentan unser großer Manko. Letzte paar Spiele ist nicht so gegangen mit Tore schießen und insbesondere heute Abend mit sechs Powerplays und auch mit fünf gegen fünf. Wir haben nur, glaube ich, 22 Schüsse aufs Tor gehabt. Ein Kompliment auch an Wolfsburg. Sie haben in etwa 16 oder 18 Schüsse blockiert, aber nichtsdestotrotz, wir müssen diesen Schüsse aufs Tor bringen. Wir müssen den Bahn, den Lanes im Tor finden und sogar wenn aufs Tor, das war etwas easy für die Goalies in der Schonen. Wir müssen die Schüsse etwas verschieden platzieren und mehr Traffic vor dem Tor mit dem Einsatz und die Augenblenden von dem Tormann. Im zweiten Drittel haben wir eine Torchance erlaubt und das war ein Treffer. Im ersten Drittel eine Torchance praktisch und es war ein Treffer. Im dritten Drittel eine Torchance war nicht ein Treffer. Wir müssen diesen Fehlern verminden, Kapitalfehlern, die uns immer kosten. Und ich denke, das ist der Fazit. Wir schlagen wir selber. Das ist nicht ein Unrespekt an die Gegner. Sie haben kompakt und gut gearbeitet und waren etwas gedulder und wir sind zu oft ins offene Messer. Und dann war ein gewisses Schachspiel, wo wir mehr Schüsse zum Tor bringen müssen und mehr Zweikämpfe, mehr Zeit in die Angriffszone verbringen müssen. So im Großen und Ganzen, ich denke, wir sind alle einverstanden und wir wissen, dass wir sind nicht zufrieden mit der Leistung von dem Team heute Abend. Dankeschön. Besten Dank für dieses Statement. Gibt es Fragen der anwesenden Presse- und Medienvertreter? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich abschließend für Ihr Kommen. Und für die Straubing Tigers geht es am Sonntag bei den Adler Mannheimweitern. Da sehen wir dann auf Wiedergutmachung aus. Danke und auf Wiederschauen.